So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir sind hier auf dem Server unterwegs und gehen unterschiedlicher Dinge nach. Und zwar ist da einmal der Koya, ist da... Was hast du jetzt vor? Ich guck Matze zu. Du guckst Matze zu. Matze, was hast du vor? Hallihallo, ja, es gibt hier ein paar Osterbulbis, ein schönes Pärchen in knallebunt, die dürfen mal miteinander. Und zu Ostern gibt es auch noch einen Osterdödi, den ersten. Den hat natürlich der Xar gefunden, wer auch sonst. Danke, Xar. Ja, der Xar ist auch da, hallo. Moin. Und Hippo und ich, wir wollen jetzt an die Oberfläche. So sieht das aus. Genau, wir wollen looten gehen. Sterben. Äh, sterben, looten. Looten, sterben. Looten, sterben. So, ganz kurz. Die sind schon am Verpaaren hier, die ich... Nein, 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 noch nicht. Das hier ist der Osterdödi, den müssen wir noch tamen. Und der ist ein Männchen, dann suchen wir gleich noch ein schönes Weibchen und dann darf der auch glücklich werden, ne? Fangen wir hier vorne an. Jetzt kurz den, den... Wo zum? Ah ja, der ist ja schon gesund, der Dödi, ne? Ja, der ist ziemlich gesund jetzt. Der ist jetzt, der war ein bisschen angeschlagen, ja. Oh, mit liebem. Schade, dass er gelb ist, gell? Nee. Weil gelb hast du ja schon. Nee, gelb hab ich nicht. Du hast doch... Ja, der ist so orangisch halt, aber ich meine, also dieses gelbes. Also... In Richtung, die... Ja, okay. Jetzt, äh... Wo bist du? Ja, ich muss kurz hier Medusa aus der Bahn fahren. Also, Uiuiui und Hui. Kommt dann... Das Baby heißt dann Huihuihui oder... Huiuiui. 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 Ja, Huiuiui. So. Die sehen echt schräg aus, Alter. Machst du aktiv? Äh, wie kann ich mal? Äh... Behavior enable wandering. Ja, hab ich schon. Ich meinte, der ist schon. Ja. Okay. Wir müssen hinten an dem neuen Tor raus, ne? Mhm. So. Äh, ich glaub, die sind zu weit aus dem... Nee, passt. Nein, nein, passt. Äh, den Dödi, willst du den hier drin liegen haben? Ja, deswegen hab ich den hier drüber hängen. Hast du... Hast du Trankdarts oder soll ich ballern? Ich hab hier normale Pfeile, das reicht. Nee, dann nehm ich Trankdarts. Ist bei denen besser. Dann mach ich. Über das gerade. So. Okidoki. Kriegt er ein bisschen hier, ähm... Na, sag schon. Ich hab doch hier gleich irgendwo links, ne? Bauchi. Ja. Äh, ja. Wird der Topper-Wert nicht angezeigt gerade? N. Musste mit N. Also... Achso, ja. Hier lässt hier sein. Hier links. Und, wo sind wir? Wie viel hat er? 870. Der geht ganz schnell wieder hoch. 880. Ja, von wie viel? Wie viel hat er Max immer? Hm, 1300. So, einen noch. Sorry. Ich hab in die falsche Richtung mitgezählt. Einen nur noch? Nur noch einen, ja. Hm, glaub ich nicht. Na. Oh. Oh, doch. Jetzt wird 10. Mayo-Berries hast du ja irgendwo, denke ich, oder? Hab ich, hab ich. Und ich muss auch noch was zeigen. Auch noch eine Errungenschaft, die im Offscreen jetzt passiert ist. Das haben wir jetzt mal nicht gezeigt. Äh, wir haben gerade 90% Day. Okay. Ja. Das ist schade. Das ist sehr schlecht. Dann solltet ihr schnell wieder zurück. Und ich kann ja nochmal die Zeit vordrehen. Das hat ja jetzt... Das ist ja... Das hat ja jetzt. Ja. Hat er da. Was ist denn das? Aha. Ah, lang gedruckt. Okay, 10% nacht. Alles klar. Seid ihr draußen? Nee, wir stehen vor der Tür. Wir trauen uns nicht raus. Ja, ja, okay. Dann... Also wenn ich jetzt auf eine andere Uhrzeit drehe, werdet ihr nicht gegrillt. Darum geht's mir. Nein. Ah, gut. Dann mach ich jetzt auf 5.10 Uhr. Dann sollte ja der Tag relativ bald umspringen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Und hier ist die neue Errungenschaft von mir. Die hatte ich unterwegs entdeckt und dachte mir, nee, die musste Katze nicht. Ist potthässlich. Wo bist du? Vor dir. Oh, die brauchen ja eine halbe Stunde, die Bulbys. Genau. Du kannst doch einfach so eine Zaun da wegnehmen. Ja, ja. Die sind S+. Die zwei sind S+. Die anderen leider nicht. Ja, geht ja trotzdem. Ja, ja. Ist ein Träumchen, oder? So was zähmst du. Da hab ich viel schönere Tiere getötet. Der ist halt Level 120 gewesen und in der Farbe. Das ist dann halt so ein Ding, ne? Ne, das ist halt... Jetzt ist er 179. Ne, ja, mittlerweile 180. Hat er aber ein Level bekommen. War 179, als er fertig war. Also ein ziemlicher Perfect-Tame. Joa, von Werten her ist er halt so. Er ist... Ne? Also... Machen wir da draußen eigentlich einen Bulby? Ne, ne? Oder doch? Ja, doch. Wäre wahrscheinlich schlecht. Das sind ja, du bist ja gerade von einem Revenger angegriffen. Du solltest nicht absteigen. Oh, 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 lass das Hilfe. Oh, weiß doch mal. Ja, ich komme, ja. Ich hab doch gesagt, es gibt Tote. Aber ich hätte nicht so viel schon damit gerechnet. Mal draußen. So. Ich sterbe, ich sterbe. Mach ihn kaputt. Inzwischen, du musst da runtergehen. Ich kann nicht mehr beißen. Ich bin überladen. Oh Gott. Und in drei. Denkst du schon, was ist denn jetzt kaputt? Wieso spielst du denn bei mir drauf? Eins. Ich wollte auf meinen, da stand direkt nebeneinander. Na, lebst du noch? Ja. Alles gut. Schade. Also, wir müssen mal ganz kurz über die Frage sprechen, die Johannes gestellt. Was ist mit mir? Ja, hast du. Ich wollte den Bulli eigentlich zähm, der hier rumliegt. Jetzt ist er tot. Ich hab nämlich keinen dabei. Johannes, was ist mit dir? Wir haben hier ein anderes schönes Männchen jetzt. Ja, Johannes hat jetzt ausgedient. Wir hatten die Treppe nach oben weggerissen, die zum Garten führte. Sind du. Die baut da Treppen um. Ja, ich wollte doch das Dach da anders machen. Ja, aber Johannes, der Vater aller Dödis hier quasi. Apropos, hast du jetzt eigentlich mittlerweile mal einen Eingang zu deinem Stallstadion? Nee, muss ich noch bauen. Muss ich noch bauen. Was ist denn jetzt wieder? Nein, nein, alles gut. Der Pilz war im Weg. Ich wurde nicht vom Pilz angegriffen. Alles ist gut. Das ist unfucking fassbar hier, diese Dödi-Arena. Sind das alle oder stehen auch noch draußen? Nee, hier oben hängen noch so ein paar in den Seilen. Und da unten hängen auch noch ein paar. Ah, da ist ja noch ein Bulby. Guck mal. Nehmen wir doch den. Aber es ist schön bunt, wenn man sich das so vorstellt, so als, als, weißt du, wenn wir mal wieder Dödi-Ball-EM haben. Es leuchtet sehr im Dunkeln. Ja, dann könnte man halt auch so, weißt du, wenn man verschiedene Mannschaften hat, verschiedene Farben, die dann so gegeneinander antreten. Nein. Die Fans sind dann entsprechend auch in dieser Farbe. Es ist fantastisch. Ja, ein Spino-Ei haben wir auch. Das ist der Neue. Der Neue heißt übrigens Onkel Ingeborg. Der Neue Spino, den wir bei der letzten Folge uns gegönnt haben. Ja, und der hat sich verpaart mit der, also Onkel Ingeborg und die Hardcore-Oschi. Die haben sich ganz gut verstanden und haben schon mal Nachwuchs gezeugt. Schon mal. Schon mal vorbereitend. War schade, weil Hardcore-Oschi eher so Matschfarben ist, ja. Aber konnte ja vielleicht trotzdem was Schönes bei rauskommen. Ja. Und Xa macht, äh, da hinten? Ich stelle hier wieder ein paar Spikes auf, dass da von oben nichts reinblumst. Ach so, von oben machst du es jetzt auch noch sicher, ja. Ja, logisch. Xa hat unsere Basis minimal erweitert, so ein paar Kilometer nach hinten. Ja, ja, ja. Muss, muss. Wir müssen nur überlegen, ob wir da noch, oder, ja. Ey, ihr könnt jetzt halt so einiges drin spawnen, ne? Das ist ein bisschen... Ja, wir könnten da ja mal noch irgendwie Geschütze oder sowas ausstellen. Wäre vielleicht nicht das Dümmste. Ein, zwei Geschütze noch hingeballert. Ich werde da einfach den Basi dahin. Ja, der Basilisk, das ist eigenartig. Wenn du, wenn du einen Basilisk dahin stellst und sagst dem Basilisken Turret-Mode und, äh, nur wilde Dinos angreifen, dann greift er halt alles an, was man hier in die Basis trägt und sagt, komm, ich lege es mal hin zum Zähmen. Ja, das hatten wir ja eben schon gerade. Auch wenn das nicht... Genau, das ist ja... Deshalb war Matzes Dödi unter anderem so angenagt, ja. Ja, und nicht nur das. Drei und noch ein anderes Tierchen haben da gerade mitgemacht. Ich habe das auch kurzerhand alles auf Passiv gestellt, ne? Das ist dann, das ist dann sowieso das Lustige. Sobald dann der Turret ballert, meinen die anderen dann auch alle mitmachen zu müssen. Und auch wenn sie im Status neutral sind. Das ist, äh, schräg. Jo, also obenrum wäre jetzt, äh, weder... Okay. Muss man zum... Sicher. Muss man zum Wasser waschen. Oh, die Biene. Naja. Habe ich mal wieder vergessen auszumachen. Na, ist doch alles gut. Tralon, danke dir. Und Lulu, herzlich willkommen. Lulu Venus, herzlich willkommen. Mein Donos. So. So, ich möchte mal so eine Frage diskutieren noch an der Stelle. Ja, bitte. Welche Farbe würde sich denn gut hier mit dem neuen Dödi verpaaren lassen? Grün. So ganz grundsätzlich. Hinde. Äh. Jetzt kommen die Biene wieder. Anna Maria ist jetzt out, oder? Grün? Ich lasse es an, wenn ich es bei der Folge vergessen habe. Ich hätte jetzt grün gesagt, weil dann dieses Magenta und das Grün, das gibt so richtig Augenkrebs. Aber, äh, du kannst ja auch versuchen, was richtig Schönes zu machen. Dann, weiß nicht, zu diesem Magenta, was passt da? Äh. Ja, gute Frage. Was haben wir denn? Blau haben wir, dieses, dieses Orange haben wir und Rot und Grün. Ne? Die Farben hast du im Grunde genommen. Weiß. Gibt's auch noch? Weiß. Ja, weiß und Magenta sieht das natürlich schön aus. Wenn du einen hast, der möglichst viel weiß ist. Möglichst viel weiß. Oder, oder was auch gut kommt, ist, wenn einer richtig dunkel ist und dann dieses Magenta als Kontrast so. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit Tag, Nacht aus? Immer noch, ne? Äh, 90-10. Dann drehe ich noch mal vor. Wir müssen mal unbedingt ne... Äh, eben war es 50-50 extra noch vor der Folge geguckt. Und dann springt das genau beim Tag-Nacht-Wechsel um. Ich dachte, beim Nacht-Tag-Wechsel springt es um. Wie doof. Hm, der Zipfel ist leider männlich. Das ist schade. Oh, wieder ganz viel Lammfleisch. Ich hab' nen Bulbi. Bitte. Ich bin nur so weit gelaufen, ich hätte auch einen mitnehmen können von denen, die wir hatten. Wir haben noch so viel gebratenes Lammfleisch. Ja, aber die kannst du ja nicht nehmen. Nee, jetzt hab' ich hier so röster Bulbi. Weil der... Genau, das Problem ist ja die Farben. Bei den Roten darfst du ja nicht nehmen. Bei den Grünen darfst du auch nicht nehmen. Genau. Bei den Rot-Grünen darfst du auch nicht nehmen, weil... Der ist ja Rot-Grün. Genau, und deswegen hab' ich mir jetzt einen Oster-Bulbi gezüchtet, äh, gezähmt. Aber der ist auch grün, eigentlich darfst du ihn auch nicht nehmen. Doch, das ist ja jetzt meiner. Ist ja nur Level-Up, den Dark. Ach, das geht dann wieder. Watt? Ja, nix, nix. Habe ich jetzt eigentlich den ganzen Schrott genommen und... Hä? Ach, hier funktioniert doch alles nicht gerade. Ich hab' mich entschieden. Ach, scheiß drauf. Und, wer wird's? Was ist es? Friend Dark wird es. Wird die stolze Mama werden. Aha. Und zwar ist Friend Dark aktuell grün, mit, ja, rotem Kopf, roten Bauch. Ach, ich muss matten... Ich muss matten kochen gehen. Das wird gut. Na, dann... Grün, roter Kopf, roter Bauch. Also ich hätte jetzt echt was Dunkleses. Das ist ein richtig schöner Bauch. Aber... Nee, der muss noch bunter werden. Noch bunter, noch augengrebsiger, noch... Okay, noch schlimmer. Mhm. Mhm. Hey. Aber ich hab' ja Platz für ein paar Weibchen hier. Ja, hier ist links vor rechts. Links vor rechts? Ja, dann hat das noch gepasst. Ich kam von links. Ja, ich auch. Ja, das ist eigentlich korrekt. Was daraus geworden ist, weiß ich auch nicht so genau. Was denn? Aus den Olympia-Ringen. Ach, äh, ja, Paralympics. Wir waren zu langsam, Paralympics waren schon vorbei. Äh, außerdem... Ja, wir können ja noch Hippo, aber es hat ja noch nie gereicht, also... Ja, ja, ich wart' halt auch sehr nachlässig, also... Nee, nee. Fand ich schon, also ihr habt euch da nicht so drum gekümmert, dass man jetzt sagen könnte, hey, äh, die machen gar nichts anderes, die geben da richtig Gas, da sie... Hallo, wir haben so viel gezüchtet, dass schon geschimpft wurde. Was soll denn jetzt noch? Was hätte denn da noch... Ja, das geht doch viel besser. Raw-Mutton-Pulle. Außerdem hab ich da noch so eine Situation im Kopf, wo es hieß, ja... Äh, wir müssen jetzt da runter, die Dödis, die da gerade geschlüpft sind, die lassen wir jetzt verrecken. Was? Ja, war so. Wir mussten runter irgendwie, äh, was mussten wir da holen? So einen Reaper, glaub ich. Und daher mussten wir die frisch geschlüpften Dödis sich selbst überlassen. Ja, hab ich auch noch in Erinnerung. Und wer hat sie, wer hat sie da zurückgelassen und nicht sofort ein Anspruch? Ja, wer hat das denn angeordnet? Ja, du hättest ja Einspruch erheben können, hättest ja sagen können, nein, ich lasse keine... Aber Moment, jetzt, also, das geht jetzt echt ein bisschen zu weit hier, ja? Ja, also, ich find dat schon, also, ihr seid da, ihr seid da... Nee, 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 jetzt komm nicht so hier. Ja, also, ich bin doch nicht für eure Dödis verantwortlich. Ich hätte ja jetzt übrigens mal eine Frage. Ähm, wir stehen jetzt hier seit gefühlt einer Stunde vor diesem Ausgang und gucken raus, mal passiert jetzt hier noch was? Nee, es ist jetzt gerade nachts geworden. Es ist gerade nachts geworden, aber sie sind immer noch 90.10. Nein, nicht 10. Es tut mir leid, ich versuche ja schon, eine ganze Zeit eine Uhr zu drehen. Denn sonst brechen wir das hier ab, weil ich find das das gerade sehr... Ja, das könnte ja im Grunde genommen tun. Ach nee, der braucht Öl, ne? Ist das das? Oh ja, du bist an einem Dödi vorbeigelaufen und hast nichts gesagt. Du gehst jetzt gerade bei einer 10-prozentigen Nacht da raus, das ist, äh, ja. Ich warte dann hier und hol deinen Loot. Da unten ist ein Lootstrahl. Der ist doch direkt vor der Haustür. Na, wenn sie das sagen. Ich hab keinen Dödi gesehen, also nicht wahrgenommen. Also jetzt bitte die Zeit nicht vordrehen. Oh, oh, oh. Hilfe, Hilfe. Lass das. Pfui. Geh weg da. Wo bist denn du jetzt? Äh, auf einem schlüpzen Teil. Genau gegenüber, genau gegenüber vom Ausgang. Spitzer Stein. Ja, da ist doch der Loot, der rote. Ja, den seh ich, der ist direkt vor meiner Nase. Genau, kannst du den schon öffnen? Ich darf nämlich nicht. So direkt vor meiner Nase nur jetzt auch nicht, weil... Da ist ich ein Level. Für den roten Loot? Ja, 79 hab ich. Also wir haben das immer so gemacht, wir sind hingeflogen, haben den Reaper angelockt. Einer ist mit dem Reaper abgehauen, der andere hat so lange gelootet. Ja. Ja, das sind wir dann, äh, machen, ne? Ich bin hier. Ich bin schon an dem Loot und da kommt der Reaper. Ja, wenn du den Loot ja nicht öffnen kannst, dann musst du es ja Hippo machen lassen. Genau. Ja, du musst du den Reaper weglocken. Ja, genau. Und du kannst jetzt looten. Ja, ich bin schon dabei. Aber, ich stelle gerade fest, ich bin scheinbar auch noch nicht Level 80. Oh. Ein Träumchen. Lass uns ja abhauen. Oh, guck mal, ich bin sogar nur... Ich bin sogar nur 77. Lass dich da weg. Oh. Okay. Gut, ähm, wir brechen das dann jetzt hier ab. Ja, komm, komm raus. Ja, hattet ihr die Eier wieder eingesammelt? Was für Eier? Äh. Jetzt redet ihr von den Spino-Eiern, die ganz andere Probleme als Eier hier draußen. Ich, ich hab mir einen Wecker gestellt für den Zeitpunkt, an dem die Eier schlüpfen. Deswegen frage ich, habt ihr sie eingesammelt oder laufen da jetzt kleine Spino-Webens rum? Also, ich habe den da hingestellt und, ähm... Hast du es mir überlassen, jaja. Genau, aber, äh, das war aber auch ein Zahl. Ein Ei, jaja, aber ich kann ja... Und dann, dann, um eins. Ein Eier. Äh, nicht aber noch das Ei. Ein Eier. Nicht aber noch das Ei. Oh, jetzt sind sie, uns sind Zwillinge. Der Loot ist jetzt weg. Da riecht es auch Spino-Babies. Ja, kommt da hin. Kia, das musste, das, 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 das musste häufiger sowas machen. Ey, ich war Hunger. Tau gut. Ja, dann aber jetzt sofort. Die sind, die sind Level 172. Die Babys. Oh, cool, das ist cool. Das ist richtig geil. Nicht ablenken lassen, wenn, dann jetzt sofort. Ja, ja, ich verdurste. Ihr habt 1.15 Uhr, ihr müsst so langsam dran denken, um rauszukommen. Ich würde das lassen, Sinde, komm, das ist Schwachsinn. Oh, okay. Das macht keinen Sinn. Die Zeit geht viel zu schnell. Es ist jetzt schon 1.30 Uhr. Na gut, dann. Dann nicht. Yay. Sie haben übrigens, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, den dunklen, ich kann ja mal auf Tach drehen jetzt gerade. Ne, wart, das sind ja noch drauf. Ich war die Reaktion. Ich hab nur noch geschluckt. Jetzt kannst du. Alles okay. Perfekt. Sie haben den dunklen Körper vom, 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 vom Papa. Ich muss immer überlegen beim Namen Onkel Ingeborg. Du kannst jetzt wirklich mehr. Wir sind wieder drin, wenn du Licht machen willst. Dann mach ich jetzt mal Licht und dann schauen wir mal, ob ihr eventuell vielleicht wieder jetzt eine andere, warte mal, jetzt lassen wir es einfach nochmal, jetzt mal wieder auf nochmal 17.10 Uhr und wird es ja gleich wieder nach, vielleicht springt es dann um. Sehr schön. Wir fliegen weiter die Bienen. Dralon, Matt Wyatt, Imjabogol, Dankeschön und herzlich willkommen an die ganzen neuen Dodos. Birinja, Biri Rike und Anna Maria. Willkommen, viel Spaß. Äh, Kiar, du hast die ehrenvolle Aufgabe, einen Osterdödi nach einem Männlein zu benennen. Aus der Liste. Hm. Wer hat die Ehre? Äh, der Biber Butzemann. Der Biber Butzemann. Herzlichen Glückwunsch, Biber Butzemann. Damit wirst du der neue Johannes. Das passt zu dem Osterdödi, die Biber Butzemann zu machen. Schön. Ich finde das voll cool. Also, die neuen Spinos haben 5500 Leben, das ist der Standardwert, aber das ist ein hoher. Mhm. Und haben aber 314% Damage von Haus aus, das ist richtig gut. Dann haben sie den vom, äh, vom 2.9. Ja, also das sind richtig gute. Ich hab's jetzt natürlich beide geclaimt. Hm. Ja, war ja keiner da. Noch Matze war da. Ja, äh, jo. Matze hätte einen claimen können. Aber wir verpaaren die aber nochmal. Ist doch wurscht. Also. Sind auch Männchen und Weibchen, die kann man direkt wieder miteinander verpaaren. Das ist gut. So, also. Ich find das eher bedenklich, aber ist auch egal. Dankeschön, willkommen. Ja. Ja, der, äh, Mati beschwert sich und, äh, Sophia fragt, ob's nicht schon einen Butzemann gibt. Nein, Butzemann gibt's noch nicht. Ich meine nicht, nee. Und der Mati, der wär von den Männern eh der nächste. Jetzt. Aha. Okay. Also, guckt mal, ich hab hier oben doch schon die Weibchen zur Verpaarung aufgehängt. Ähm, da wird doch dann bestimmt gleich ein Männchen unterputzeln. Ach, Johannes, komm, du hattest doch echt jetzt zwei Folgen lang einen guten Auftritt, ja? Jetzt mach doch mal die Bühne frei. Du bist sogar, du bist sogar in einem Khartoum verewigt worden. Du hast alles erreicht, was man erreichen kann hier, ja? Mehr als jeder andere. Ja. Also, bitte, sei stolz auf deine Leistung, sei froh. Und wenn du lieb bist, dann darfst du auch bei mir machen. Ja, sollen sie auch, sollen sie auch. Ach, war gut. Ich will dich ja raushaben, sonst backen die wieder in die Foundations. Ist das ein Wort? Ja, ne? Kannst du mal an dem Futtertruck da im, im, im Puff, äh, äh, Fleisch pullen? Ja. Ja, jetzt ist er wieder umgedreht, was ist los mit dir? Wenn Xar übrigens, äh, macht, bedeutet das in der Regel nichts Gutes. Ja, ich, äh, wusste nicht, dass hier, ähm, See-Krokodile seit nach östen drin sind. Hat er nicht vom, vom, vom Rollboot? Nein, das sind ja keine Sargos, das sind ja nur normale Krokos. Range, follow, distance, off, low. Nee, die sagten, die so liegt am Sattel, das machen doch die, wie K, Kü, 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 Kü. Ja, gerne alles. Mit K. Dumme Hächen. Hey, 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 hey. Und was macht jetzt, Tag-Nacht-Verhältnis? Follow, distance, low. 90, 10, immer noch. Oh, dann kack. dann kann man das so irgendwie scheinbar nicht ändern ich könnte mich vor allen dingen gegen den roten lud ergang ein level fehlt ja bei hibro für 80 wahnsinnigen warum steht nur noch wundern wir haben wir das leben und ich dachte dass ich gemacht wir haben wir das leben und so wieso kann ich dich also dann sind die beiden hier auf jeden fall erstmals safe jetzt kriegen ein bisschen fleisch rein und dann muss ich gleich noch ein bisschen lamm braten gehen weil die babys erst mal wichtiger sehr schön das freut mich ja sehr da haben wir jetzt wirklich richtig gute 1015 stamina ist auch erstmal in ordnung wenn die jetzt noch im print kriegen dann passt das wo ist jetzt mein mein halk also ich noch mal ich kann ja noch mal an der zeit reden dass es irgendwie immer weiter springt wir machen das damit damit wir uns jetzt hier die beine einfach in den bauch stehen und wir wollen ja einfach mal guten gehen wir sind insofern ja kein schlimmes geschichte hoffe ich für alle die wo habe ich einen halk geparkt und man ich und meine hunde ich verpakt die immer glaube ich mal zu einem schlüsselfinder irgendwie dann kleben damit immer nach ihnen feiern kannst ja ich glaube auch irgendwann brauchen die mal kamen die bald lady schon latze ne die kommen in leider fünf minuten also ich würde gern drei minuten überlänge machen hier das geben wir hin das geben wir hin noch und rodo es willkommen bei den dodos viel spaß danke dir schönen abend die nini steht auch wondering oder so was ja absichtigt und können aber das wundert mich die sollte eigentlich da oben bleiben weil die ist gehitscht auch 90 prozent nacht sind ab geht da der peter bitte können 90 prozent nacht jetzt passt dann man los ist gerade nacht schon ja ist gerade auf nacht gesprungen ich finde also die zucht die see ja wo ist mein halk denn noch trüben bin ich mit zucht dir über die zucht ja überhaupt kein sattel mehr äh quert steht wahrscheinlich im puff wahrscheinlich wieso wirst du ignoriert metti weil ich erst mal gerade das kristall weg die hat doch gesagt du bist der nächste auf der liste du kriegst jetzt mal gerade das kristall als auch mir geben wenn gerade hinter dir nehmen es gerade mit oder ich nehme es wieder aus der roll red raus ja genau so und den grünen grünen gem oder ja schmeiß einfach in aber du kannst es auch mitnehmen dass die drachen tragen ja ein bisschen was ja ja aber ich bin eh schon voll geladen so der roll ist jetzt nichts außer ist angezogen ja der co hat ich vergessen echt was habe ich vergessen mit die vergessen du hast noch nie auf mich gehört hat lessy hart was machen hier los sind ja wieder so wie die trallon medwired jesse hart ist nun ein dodo azer bubble ist ein dodo die ganzen die können doch alle schon nicht mehr ist nur streikbiene machen das geht nicht an den mann bekennen man vier vier monate dodo habe ich kenne die biene ich wollte ein jahle gerade ich stehe immer noch da wo du mich da gelassen hast ja das stört man video mit deinen ständigen ja so quatsch es gibt nachwuchs in drei minuten so so co ja guck mal willst du die fabrik noch mal zeigen die düdel fabrik bevor sie loslegt ich muss jetzt gerade noch mal noch mal noch mal matten 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 bei der nach doch matten matten da binde tiktak 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 ja ich komm ja ich komm ja am metti meint den sub wahrscheinlich netti ist ja dann los geht's ich weiß auch ich sehe keinen sie keinen so durch metti das wurden mir nicht angezeigt hier so dass mir tut vielleicht du musst dann noch mal refresh machen und oben sagen dass du vor zwei vor zwei stunden von medriert welchen nehmen wir vor zwei stunden um gottes willen habe ich das dann übersehen wo bist du zuerst hin keine ahnung ist mir egal such dir was aus dann komm mal da weg von dem reaper und dann gehen wir zu dem gelben rechts aber auch willkommen bei den dodos viel spaß mit dem gelben rechts ja warte ich komm jetzt mal wieder ganz hoch damit die der onkel koja der meint das nicht ernst der ist nur manchmal auch ein bisschen verpeilt nein gar nicht gar nicht verpeilt niemals ich ignoriere einfach meinen chat immer das hat nichts mit verpeilt zu tun das ist einfach böswillige absicht hat böswillig gelber reaper guck mal wie cool ist das denn du sollst looten geht grad nicht der ist klatschgelb hilfe was will denn der kleine balbi futtern ja der ist in der tag klatschgelb ich lute jetzt hin der nimmt alles ja ok ja lute bitte ich zieh den weg ja zieh mal noch so da bin ich oh der ist grad verschwunden sind ich bin doch nicht zu spät ne nein nein noch nicht dann müssen wir jetzt hier weg ich kann mich nicht mit den anlegen ja hau ab hau nein nein die müssen einfach nur weg immer ja ja genau weg ziehen und weg laufen so welchen jetzt knatschgelb wie cool na warte mal ich komm jetzt mal irgendwie zu dir wir gehen schnell nochmal hinten zum biba butze man das machen wir noch koja die zeit reicht hier hinten bei denen hier hinten so das ist jetzt die dödi zuchtfabrik nach dem rechts von dir plan von damoriana ach so das haben wir ja noch gar nicht in folgen gezeigt ne eben ja das ist also das ist artgerecht bei den dödis ne das muss man wissen also wenn man wirklich dödi zucht studiert ja geradeaus also da oben hängen die weiber genau hier bin ich die damen nini blu kora sau friend dark und cherry so was haben wir denn hier in der nähe als nächstes der biba butze mann warum sind die jetzt hier unten also warum verpasst du die hier unten ich könnte den auch hochstellen das ist egal ja ne weil jetzt dann haben wir sonst das baby wieder unter denen unter ihm ja gott unter denen also hier unter unter friend dark würde ja dann das baby ja aber das fällt ja runter das ist ja dann auf dem kreis gelaufen steht friend dark bei dir oben ja die steht bei mir steht sie bei mir steht sie unten nein die hängt in der mitte ne bei mir steht sie unten auf dem boden das tut sie nicht das ist falsch okay dann ich ja ich hoffe eben mal schauen bei wem es richtig ist und bei wem es falsch ist ne aber das werden wir dann sehen wenn das baby rausploppt ja und du es da rauskriegst oder nicht ja jetzt gucken wir mal wer die erste ist 39 ist das ist die erste ach die sind jetzt alle miteinander verpaart hier oder was nein 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 er macht sie jetzt alle vier nacheinander um stamina zu tanken mhm das ist aber ja ja alles klar dann nehmen wir den oh baby oh baby baby oh nein oh wie süß zwei babies moment einen nehm ich so ich hab nur leider ich hab noch ein bisschen matten ich weiß nicht ob sie das auch ach ja doch da hab ich fleisch äh ist aber der andere kommt das runter ach ne hat den blauen hat den blauen oberkörper also blauen rücken bekommen die sind zwei drei blaue sogar nebeneinander ja ich sehe es lass uns hier den in der mitte zuerst nehmen der andere kommt hier erst runter ist bald das zähnlimit voll ich fürcht's alles klar ja ja süß das ist speziell ich kann ja mal auf den tag drehen dann sehen wir die besser ne ich kann bestimmt auch gleich oh ja was denn ich warme dich ja ok dann geh ich mal looten ja looten ich pass auf ich weiß ja nicht alles sauber ok dann jetzt zu dem anderen ich hätte mir irgendwie gewünscht dass sich das magenta durchsetzt hat's aber nicht ne ist weg magenta ist drauf was ist denn das für ein pinker das ist kaugummi das ist kaugummi das magenta ist verschwunden das ist schade ja ne aber wir können das ja noch ein paar mal machen ja du kannst ja einfach auf wandering lassen da die spucken ja dann regelmäßig aus ich hab sie hier am arschlooten dusch ok ich muss dann nur irgendwie da wieder einsammeln das ist ja hier in nem gehege hab ich ja ja ok und sitze drauf bin weg so behavior disable wandering und abgefiffen kümmerst du dich matze ja ich schmeiß nochmal mal fleisch rein was ich hab so ja ansonsten muss ich jetzt mal nach den spinos gucken dass die auch versorgt sind so betreffen wir uns oh lämmchen bei dir alles klar der nächste loot der blaue hier vorne ja habt ihr denn schon irgendwas aber nicht folgende ende denkt ihr nö wir gucken wir am schluss achso ihr guckt am schluss ok ja wir denken selbstverständlich nicht ans folgende ja aber die sagen machen wir dann jetzt oder wie ist es bei euch so ein knall roter und ein schwarzer das ist ideal für ein folgende ich ziehe sie weg die action da gerade bei dir ja sie kommen und ob Sinde das überlebt und ob Hippo ja ich sitze schon drauf mega loot rauszieht und ob wir sie jemals wiedersehen werden oder ob sie von der in der hölle gegrillt werden das sehen sie in der nächsten folge von Ark Aberration bei Sinde bei Matze bei Xa oder ich glaube ich hab die Akko das ist bei mir sehr ganz nicht zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Hab ich sie? Nein Nö nicht alle aber ich muss mal ein bisschen weg Das sind viele Hab ich sie? Ne nicht alle